Thema dieses Films ist die Oxidation. Eine Oxidation ist eine chemische Reaktion. Sie läuft ab, wenn eine Kerze brennt oder eine Rakete gestartet wird. Aber auch ein alter verrosteter Eisenzaun ist das Ergebnis einer Oxidation. Und sogar in unserem Körper laufen Oxidationsreaktionen ab. So unterschiedlich diese Vorgänge auch erscheinen, es steckt der gleiche chemische Vorgang dahinter, die Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff. Oxidationsreaktionen treten in verschiedenen Variationen auf. Bei der Verbrennung eines Stoffes ist diese Reaktion am deutlichsten zu beobachten. Stoffe brennen nämlich nur, wenn Sauerstoff mit im Spiel ist. So erstickt eine brennende Flamme, wenn die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wird. Bei einer Verbrennung reagiert also der brennbare Stoff mit dem Sauerstoff. Eine Verbrennung wird daher auch als Oxidation bezeichnet. Die Rolle des Sauerstoffs bei der Oxidation erkennt man auch im folgenden Versuch. Wenn wir Eisenwolle erhitzen, so glüht das Eisen. Tauchen wir die glühende Eisenwolle in einen Zylinder mit reinem Sauerstoff, entstehen sprühende Funken. Die Reaktion im reinen Sauerstoff verläuft deutlich heftiger, da hier mehr Sauerstoffmoleküle für die Reaktion zur Verfügung stehen als in der Luft. Nach Ablauf der Reaktion ist aus den Ausgangsstoffen ein neuer Stoff entstanden, das schwarzgraue, spröde Eisenoxid. Alle Metalle reagieren mit Sauerstoff zu Metalloxiden. Bei einer Oxidationsreaktion entsteht immer ein Oxid. Reagieren Nichtmetalle mit Sauerstoff, so ist das Reaktionsprodukt ein Nichtmetalloxid. Beim Verbrennen von Nichtmetallen lassen sich außerdem ähnliche Beobachtungen machen wie beim Verbrennen von Eisenwolle. Wird zum Beispiel ein Stück Holzkohle erhitzt, so glüht es. In einem Zylinder mit reinem Sauerstoff verläuft die Reaktion auch hier deutlich stärker. Allerdings kann man das Endprodukt dieser Oxidation nicht erkennen, da es sich um ein Gas handelt. Hier reagieren der Kohlenstoff der Holzkohle und der Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid. Die beiden Versuche zeigen, Oxidationen laufen exotherm ab. Es wird also Energie freigesetzt. Außerdem erkennen wir, je höher der Anteil des Sauerstoffs und je feiner das brennbare Material ist, desto heftiger läuft die Verbrennung ab. Allerdings gibt es auch Oxidationsreaktionen, bei denen keine Funken sprühen und keine Flammen entstehen. Man spricht hier von langsamen Oxidationen. Ein Beispiel für eine langsam ablaufende Oxidation ist das Rosten. Ungeschütztes Eisen reagiert unter Einfluss von Wasser mit dem Sauerstoff in der Luft. Nach und nach bildet sich dann eine Rostschicht. Dabei handelt es sich um Eisenhydroxid. Eine weitere Form der langsamen Oxidation läuft in unserem Körper ab. So verbinden sich beispielsweise Kohlenstoffatome aus den Kohlenhydraten, die wir mit der Nahrung aufnehmen, in unseren Körperzellen mit dem Sauerstoff aus dem Blut. Als Reaktionsprodukt entsteht dabei unter anderem Kohlenstoffdioxid, das wir wieder ausatmen. Auch solche langsamen Oxidationen laufen exotherm ab. Die Energiemengen sind hier allerdings nicht ganz so hoch wie bei einer Verbrennung. Die freigesetzte Energie bei Oxidation in unserem Körper hält unter anderem die Körpertemperatur aufrecht. Sauerstoff ist in unserer Luft allgegenwärtig. So gibt es viele chemische Verbindungen, in denen Sauerstoff vorkommt. Oxide sind die am häufigsten in der Natur vorkommenden Verbindungen. Selbst beim Wasser handelt es sich um ein Oxid, und zwar um das Wasserstoffoxid. Aber zum Glück reagieren nicht alle Stoffe so heftig oder spontan mit dem Sauerstoff. Die Explosion des vor sich hin rostenden Eisensounds können wir also getrost ausschließen.